Wenn ihr nicht gerne sehen wollt, bei der Fußball-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr in Brasilien, folgt Borussia Dortmund, hier kommt Roman Weintreller! Vielen Dank für den 2.05.2012, wenn ihr jetzt seid und wenn ihr jetzt gehört habt, wenn ihr nicht gerade liegen, liebe Fußball-Weltmeisterschaft, Christian Ferdinand! Wir freuen uns, dass er wieder heute in Bremen ist, auch bei Borussia Dortmund, mit großen Teilen in der Altersschule. Hier ist die Nummer A4, hier ist Christian Wörns! So, der Kulturmann ist noch gar nicht ganz so dick geworden, das liegt aber daran, dass er noch in der Bundesliga normal jetzt spielt. Wir begrüßen Frau Borussia Dortmund und die Nummer 5, Sebastian Kiel! Und ich weiß, dass er besonders nervös ist, aber jetzt, für den Applaus am lautesten werden, eröffnet Muder von dem, der uns heute Abend das letzte Mal in den grünen Raten, mit dem Griffenberg, die Nummer 4, Christian Ferdinand! Und der Nummer 4, Christian Ferdinand! und der Nummer 5, Christian Ferdinand! Wir haben hier Markus Fabian, der Freund von Torsten Flings und anderen mal weiter. Wir mussten die Klopfen halten, unseren Meilen. Markus Fabian! Für mich der kompletteste Mittelfeldspieler, die in Deutschland je hatte. In der Offensive sowieso autorgefährlich ohne Ende. Und wir freuen uns sehr, es ist eine Ehre wie in Ihrem Töten. Hier ist der Kapitalo, hier ist Michael Ballert. Mit der Eingangelaire und der Eingangelaire, es gibt die Stimme an heute, die Stimme an 2015-2014, Gerec Asamoah! Und er war also der herzeste Hörner und besten defensiven Mittelfeldspieler, nicht nur in der Bundesliga, auch in der Ehrendivisie oder in der Primera-Division oder in Spanien ganz oben. Hier ist die 17. Herzlich Willkommen, Marc van Vormen. Vielen Dank für die Geschenkische Kiel. Ich hoffe, dass wir heute schon heute, was endlich daran entscheidend ist, wird jetzt noch eine Wahnsinn, Lörs Rieke. In der Europäischen Landstelle hat sich für unsere Kündigung gespielt. Heute, der Spieltag für den Zweiten, eines Traditionsvereins, der endlich wieder da ist in der ersten Fußball-Bundesliga. Und alle Kündigungen unterseitigen Beschwistern, hier ist Cicci Neumov! Der bettobst uns längst, dass du in der Europäer-Somache-Schlacht-Dominium schliesslich vor dem Richterraum. Nummer 20, Hasan Salernicic! Und er war der vorletzte Trainer von Torsten in Toroto, in alten Deutschland. Der ganz extra klare Niederlande, hier in der Nummer 20, hier ist Aaron Witter. Torsten 16, es ist Ihnenerting alle gegenüber denplaying Eure Hadamania, ein alter Titel失lierte, typICA, 40, Thomas Christ, Es hat nie in Deutschland einen so technisch beschlagene Mittelfeldspieler gegeben wie diesen. Und deshalb heißt er auch der weiße Brasilianer. Hier kommt von Bayern und Bayern Leverkusen, Bernd Steyer. Und noch einen für unsere Interventschaft, zum Beispiel es noch zu brechen. Und jetzt muss man nicht mehr viel sagen, er ist ein Kraft der Erfolgreichste. Und der Autofahrer aller Zeiten, die Europäer. Jolli! 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 Liebe Grünen von dieser Stelle, wir haben viele große Stasi-Siege für andere Toreine Gänster. Jetzt kommen unsere Leute, jetzt sind sie für den Outers und den größten Torwart-Legende mit dem 1, Oliver Lee! Und ich weiß, auf diesen Moment habt ihr gewartet und habt auch er gewartet und wir freuen uns, dass er wieder zu Hause ist. Hier ist Oliver Reitz, hier ist Tim Wiesel! Und wir werden uns auf die Nummer 4, Nanana Erdogan! Ohne ihn werden wir nicht deutscher Fußballmeister geworden, seine überragende Saison in grün und weiß. Und wir werden uns immer noch aktiv in der Türkei. Wir freuen uns sehr, dass er wieder da ist. Hier kommt unsere Nummer 4, hier ist Fabian Erdogan! Habe ich gesagt, mit der Glück und der Mannheit der 2003-Sieger-Mentalität in die Stand geholt. Und wir freuen uns auf unser Freund aus der Türkei und die Nummer 5, der Übelinste! Und wenn dieser Mann nicht gewählt wäre, wenn dieser Mann nicht gewählt wäre, damals, 1990, gegen den FC Schalte 04, und wenn er nicht den Kopf von der richtigen Stelle gehabt hätte, dann wären wir möglicherweise aus der ersten Bundesliga abgestiegen. Danke nochmal, er hat jetzt seine Karriere beendet! Eine lange und ruhigere Kämpfer auch bei uns! Schön nach so wieder da ist, hier ist Krzysztof Zabowski! Hier ist Krzysztof Zabowski! Und hier ist Krzysztof Zabowski! Und hier kommt unsere Fans auch immer sehr gut! Wir sind noch die Fans zugelassen! Und jetzt ist er wieder dein nächster Stadion, unsere Partie bei Ihres Jugendstab-Premieres! Ja, der Mann, der Hosen, ich weiß, dass wir jetzt hier mal kommen, wir haben alle sehr, sehr glücklich. Er hat einen sehr weinen Weg gehabt zur Anreise. Er ist einer der ganz wenigen Kanadier, die wir in der Bundesliga abwarten. Die Bundesliga haben wirklich viel arbeiten, ein Trainingsspiel. Und jetzt ist es ihm eine Ehre, natürlich auch das Amstelsspiel für den Lundschau zu beschreiten. Hier kommt noch der Käpt'n, hier kommt noch Olaf, hier ist Klippens! Jetzt kommen wir zwei Spieler, dann haben wir eine tragische Momente. Der eine ist schon länger in der Nähe, die verdanken ihm ganz, ganz viele zauberhafte Momente auf diesen Rasen und auch für viele verschiedene Rasen in der Welt. Und jetzt kommt noch auf den Schiff, Klippens! Und jetzt kommt noch auf den Schiff, Klippens! 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 Die nächste Frage, so bitte ich liebe Fans, seht ihr aus, mit allen drei Augen, ihr könnt euch manches nun mal anders. Liebe Berliner Fans, bewegt eure Grünen, hier ist die Nummer 10, Arne Wienerdauer. Und ein zweiter Vorlauf und überakte in der Bundesliga-Mannschaft, er soll es auf diese Hörbe rechte, er hat sich an der Kommissar-Vorpommern gesehen, hier ist Errol Hall. Mit Stern Nummer 15, noch so, wo das Herz auf geht, der Rückenmarie an den Wien weiß, ob die Schuhrer sind, mit viel Bewusstsein, Arne Wienerdauer. Und das ist für mich eine besondere Empfehlung. Er ist ein hafochner Jogor, welsesグäber im Ernst negativ violating. 迎ste告 Wau, 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 bau, wau, wau, no, jetzt brauche ich ein häus Bul and gasp Wau, 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 wau Wau, oh, wau Wir begrüßen noch bei der Nummer 17, hier ist euch Marco Mude! Und wir haben uns beide sehr geträumt, und das, was jetzt kommt, hier ist der Fettkampf der Russlander und unsere Nummer 19, Viktor Lüge! Wir begrüßen den Spieler, ich habe den 1! Wir begrüßen den Spieler, ich habe den 1! Die 1! Die 1! Die 1! Die 1! Die 1! Und ein Mann, der Gott sei Dank grün-weiß erhalten geblieben ist, bis auf eine kurze Saisonzeit vom Verein im Süden. Schön, dass er wieder da im Süden-Verein arbeitet! Die 24! Die 2! Die 2! Die 2! Die 1! Und eine 3! Und die 2! und die 3! Die 1! Applaus Der Trainer von Torsten Fünfens, auch ein leiser Weggefährte. Torsten Fünfster jetzt in der Bundesliga, die Fünfz, wie wir wissen, Matthias Sommer. Torsten Fünfster jetzt in der Bundesliga, auf dem wir uns alle auch sehr, sehr gefreut haben, hier ist der Trainer von Torsten Fünfster! Torsten Fünfster Torsten Fünfster Torsten Fünfster Torsten Fünfster Torsten Fünfster